Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Curse of the Azure Bonds. Wir sind noch mit den Nebenmissionen beschäftigt und planen jetzt soweit fertig und wollen jetzt mal weiter. Hilfsfahr. By vote. Oh, until the party is spotted, then they pile on the canvas and flee, okay? Okay, gut, so, jetzt Search Area wollen wir machen. You found an eerie block of ruins. You locate a path out. Gut, dann wollen wir uns hier mal ein bisschen umgucken, würde ich sagen. You find a small penis hidden here. Red footprints lead off. It appears that something heavy was being dragged. Aha. Okay. Wir durch, ja. Ah, pirates leap up upon you. Leap upon you. Ach, du siehst aber noch reichlich jung aus, Bursche. Na gut. Okay. Sie haben uns überrascht, offensichtlich. Äh, aber Problem dürften sie ja trotzdem nicht darstellen. Oh, ein Schadenspunkt. Naja, dann müsste er noch eine Weile stricken, bis er uns damit umbringt. Oh, so zwei. Oh, sechs, du hast einen guten Tag. Äh. 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 Oh. So, jetzt ist dein guter Tag vorbei. Oh. Das war's. Come on, so Ja, das ist Irgendwider nur Tant, ne Äh, ja Okay Hm, ne Sonst noch was? Oh Hallo? Oh Hier Spot Monsters Geht die Fui Ja, zeigst du mir da dein Äh Sieht so ein bisschen aus wie das Modell einer Äh, Raumstation aus Star Wars Ist ein Star Wars Spiel Hast du da so eine kleine Miniatur gebaut Und zeigst dir uns jetzt ganz stolz Äh, das ist bestimmt Keine, keine Waffe Na gut Ah, okay Three Keen Äh, äh, Three Green Ja, da wusste ich auch mal, was die konnten Aber, ähm Nur für den Fall, dass sie Giftig sind, laufen wir mal nicht vor ihnen weg Und du machst mal Einfach weil ich diese Spinnen nicht mag Ich hoffe, sie sind nicht weggefaced Aber das werden wir gleich sehen Ne, sind sie noch nicht Aber sie schaffen ihren Rettungswurf Gut Hat es nicht getroffen Das ist schon mal viel wert Sehr gut Okay Äh, ne, machen wir nicht Aha, ihr habt was bei sich Oh, Gems, nehm mal Und mir nicht Okay Okay, war das jetzt schon alles hier? Hier soll doch irgendwas schweres lang gedrackt worden sein Sieht so aus, ne? Noch mehr Monstern Mal gucken, wie viel Zufallsbegegnung es noch gibt Oh, du machst mal ein Hoppala Hey, nicht so fix sein Ich will hier meinen Schön meinen Feuerball zaubern Und da könnt ihr doch nicht vorweglaufen Das gehört sich nicht Ach, das machen wir so Dafür haben wir es ja Und tschüss Ich glaube, das waren alle, ne? Jep Mhm Ja Guck mal hier Gucken wir nicht durch Hoppala Mehr Monster Ah, das ist der nachdenkliche Äh Margül Wieder so ab Margüls Ja Oh, Margüls Ähm Die haben eine ganze Menge Attacken Aber machen wir ansonsten nix Äh, ansonsten nix besonderes Ich glaube, sie haben vier Stück Also gerade die Greater Margüls Die wir in späteren Spielen treffen können Oh, die können wir backstammen Ähm, sind ein bisschen unangenehm Schadensmäßig Aber Die hier dürften kein Problem darstellen Dankeschön Geben auch keine Punkte So, wie kommen wir denn hier Verdammte Axt nach unten Ach, hier ist die Tür So, ist hier was Some Pirates Ah, hier war das Haben die uns deine falsche Fährte gelegt Nach dem Norden, ne? Ja, ich weiß Es ist einfach zufällig, wo was passiert Aber trotzdem Wir wollen ja in der Rolle bleiben Some Pirates Are busily digging here Suddenly one shouts Hold it, mates We've been spotted Kill all them The Pirates rush forward Mhm Ja, okay Ja, dann schlagen wir euch jetzt mal relativ unsentimental tot Wie sich das gehört Ja, ja Gut 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 Nee Nein, nee, nee Nein Mensch, Werdner, was ist denn los? Werdner 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 wach Okay Nee So Gibt's hier vielleicht Irgendwo Natürlich nicht You find the Oh Oh, ja Das lohnt sich schon eher Oh, um Gottes willen Okay Also das nehmen wir mit Und das nehmen wir mit Aha Eine Chainmail brauchen wir ja eigentlich auch nicht Weil die kann ja gar nicht so magisch sein, als dass sie uns was brächte Aber nun gut, ich glaube Ja, damit haben wir hier alles Dann können wir mal gucken, ob wir hier einen Ausgang Oh Nee, wir haben noch Monster hier Und zwar unsichtbare Spiel Und das ist ja lustig, wir haben unsichtbare Monster Okay, da würde ich sagen, äh, das ist mir das, äh Das ist ein Bug, den hatte ich noch nicht Der ist neu Aha Super Wo seid ihr denn? Ist hier noch irgendwo einer? Und außerdem hat es unseren Priester zerrissen Was ja auch ziemlich blöd ist Ist hier Nee, scheint keiner mehr zu sein Aha Okay So Nehmen wir mit Können wir verkaufen So, jetzt müssen wir ja eh raus Jetzt brauchen wir ja ein Tempel Weil wir jetzt ja jemanden Weil wir jetzt ja niemanden haben, der uns entgiften kann Es sei denn Äh Schauen wir mal Kann unser Paladin vielleicht Lerik Skulls benutzen? Und falls ja Nee, kann er nicht Okay Gut Äh, ja, dann müssen wir hier raus Willst du uns noch mehr Noch mehr unsichtbare Monster? Ja, noch mehr unsichtbare Monster Eins, zwei, drei Da sind vier Stück Ja gut, holt Monster Ich bin ein bisschen eivergerade Aber Da ist keiner Da ist keiner Hier ist auch keiner mehr Okay Hier ist noch eine unsichtbare Spinne Ähm Also wirklich unsichtbar Das ist ja tatsächlich Mal was Neues Okay, ich will jetzt hier raus Okay, die können wir sehen Aus irgendeinem Grund Was, wird die woanders? Nee Okay Okay, okay, okay Äh, nee Tschüss Nee, aber nicht Exit So, dann machen wir es Jetzt mal lieber aus Noch mehr Monster Jetzt können wir sie wieder sehen Hurra Okay Gut So Äh, nee Wollen wir nicht Wir wollen hier weg Wir wollen hier ganz schnell weg Das ist hier Alles total verhext Diese Äh Diese Area Kommen wir hier raus Äh, ja Wollen wir Pirate Treasure haben wir Also, ähm Intercity Kommen wir hier rein Und sie haben ein Tempel Das ist sehr schön So, das wird jetzt wahrscheinlich enorm teuer Äh, hier Was kostet denn Hier nehme ich schon als Poison Tausend Na gut, das Können wir uns mal leisten Ähm Was kostet das? Oh, 100, okay So Ähm 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 Warum hast du immer noch null? Dead? Wie kannst du denn? Hm Hm Ah, strange Ach, das ist wieder Ach, das ist wieder Ach, das ist noch das alte Problem aus, ähm Äh, Pool of Radiance Äh, Pool of Radiance Ähm, die alte Mechanik bei den Tempeln Ähm, dass die, äh, Neutralized Poison Die Leute nicht, äh, wiederbeleben Äh, wenn sie vergiftet sind Äh, dass wir trotzdem noch tot sind Das heißt, wir werden jetzt auch Einen Konstitutionspunkt verloren haben Wenn ich das richtig sehe Können wir ja nichts anderes gegen machen Du kannst noch keinen Dings Hm Ich überlege gerade Nee, das bringt auch nichts Ich habe gerade überlegt, ob ich mir jetzt noch Spaß halber, nur mal zu Testzwecken Einen Klerik mache Einen neuen Und mit dem Heiler, aber der hätte ja nicht Ist ja nicht hochstufig genug für Neutralized Poison Okay, also das hilft nix Dann müssen wir hier Äh Äh Japp, Konstitutionspunkt verloren Blödes Mistspiel Das ist nämlich tatsächlich noch die Äh, Vergiftungsmechanik aus dem letzten Spiel Die haben sie offensichtlich Weil sie haben ja mit dem Zauber Neutralized Poison das jetzt anders gemacht Da wird man ja sozusagen Das ist ja der, ähm Man ist ja dann quasi vergiftet Wenn man vergiftet ist, nicht tot Obwohl man ja eigentlich laut Regeln tot wäre Äh, sondern wird ja entgiftet Und, ähm, sozusagen Anlagen wieder erweckt Ähm Das ist ein bisschen mistig Ähm, das macht die ganze Poison-Geschichte wieder so nervig, wie sie im letzten Spiel war Äh, also da erstmal Ich frage mich Ich frage mich Ich frage mich Ne, das wird auch noch lange dauern Bis zum Neutralized Poison Okay, also mit anderen Worten Wir müssen in Zukunft Ähm, also mit Adleraugen darauf aufpassen Dass es unseren Klerik nicht vergiftet Weil wenn unser Klerik entgiftet Also irgendeinen anderen Charakter, ähm, entgiftet Haben wir dieses Problem Dass wir einen Konstitutionspunkt verlieren Nicht, weil wir dann nicht tot sind Was ja wirklich nett ist Ähm, weil ja sonst Gift wirklich ist ja Das ist ja schlimmer als der Tod Ähm, ich meine So war es in den ursprünglichen Regeln Ja, das ist sowieso ein bisschen Hat man üblicherweise auch in den Hausregeln immer gleich geändert Weil das ziemlich nervig war Ähm, das haben sie jetzt ja eigentlich angepasst Was den Zauber angeht Interessanterweise nicht Wenn man den Zauber im Tempel zaubert Das ist Das sieht mir so ein bisschen nach Naja, Bug will ich es nicht nennen Sagen wir mal fehlendem Feature aus Ähm Das haben sie nicht Nicht mit einbezogen Ähm Außerdem diese unsichtbaren Monster Das war ja auch ein bisschen seltsam Ja, da würde ich sagen Ähm, das war jetzt mal ein etwas buggiges Video Ähm Ähm, ich werde jetzt mal gucken Ähm Ja, holle, komm her Also, was ich machen werde Also folgt ist Ich werde, also Chrysanja wird sich jetzt zurückziehen Und etwas beten Äh, zu ihrem Gott Und es könnte dann passieren Das will ich nicht ausschließen Ähm, und da ich ja in diesem Fall Einen ganz guten Draht Zu dem Gott habe Zu dem sie betet Klammer auf Das bin ja ich Klammer zu Ähm Könnte es passieren Dass ihr Gebet Dergestalt erinnert wird Dass sie beim nächsten Mal Wieder Konstitution 18 hat Ähm Das wird Chrysanja jetzt also machen Wird jetzt also für ein paar Stunden beten Und dann wollen wir hoffen Dass sie ihre Konstitution wieder Regeneriert hat Auf, ja Göttlichem Wege Ähm Und dann würde ich sagen Sehen wir uns hier Mit diesem kleinen, nervigen Mit dieser kleinen, nervigen Erfahrung Die wir jetzt gemacht haben Also, wie gesagt Tempel, scheiße Tempel sind Also, vor allem Sie lassen sich dafür bezahlen Die blöden Pfaffen Und dann Machen sie es nicht mal richtig Also, furchtbar Furchtbar Ähm Ja Also, dann sehen wir uns Beim nächsten Mal hier wieder Und achten in Zukunft drauf Dass unser Priester nicht vergiftet wird Okay Also, bis dahin Tschüss